Ich mach's ja nur Fehler. Oh, geil. Oh, da haben wir noch was zu lesen. Oh, hier liegt auch was rum. Da sind noch Batterien. Okay. Tja. Ich bin gespannt, wann es im nächsten Alien-Film weitergeht. Wollte schon was zu erwähnt haben. Was? Ich bin gespannt, wann es im nächsten Alien-Film weitergeht. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Was? Eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitat-Turm ausgelöst. Ich höre und berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrt-Terminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristofalo herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden sie einen Weg in den Transit zum Sky... Sky-Math-Turm. Sky-Math-Turm. Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Ich habe mir gedacht, Johannes, du gibst ja voll die Mühe, das irgendwie geil zu lesen. Und im 2. Absatz habe ich gemerkt, das ist, weil du krank bist. Ich fand es cool, der hat sich gut angehört. Haftnotiz, Zelle 2, Marlow Henry, Verbrechen, Status, äh, unbefristete Inhaftierung. 18.11.2021-137, Zelle 1, Tanaka, Mike, Verbrechen, Trunkenheit. Außensteuerung in der Zelle über Nacht, mit Verwarnung entlassen. Webster, Robert, Verbrechen, häuslicher Zwischenfall. Lassen wir in Station 2, um Sicherheitsverstoß. Okay, gut. Ein Audio-File haben wir nicht. Zubehör... Oh, jetzt habe ich... Ich muss noch mal kurz ran. Ich muss noch mal kurz ran. Sebastolink. Okay, lame. War nichts... Da war nichts mehr zu holen. Gut, das ist auch mal gekrass. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Wo es vermutlich... Main-Technisch weitergeht. Äh, Elektroschocker ist blöd. Wir nehmen den Flammenwerfer natürlich. Oh Mann, ich hasse es jetzt schon, wenn die Munition noch leer ist. Äh, gemeint ist es hier, ne? Er hat gesagt, du sollst zurück zum Transit. Achso, ich dachte, ich muss... Die Tür war vorher noch nicht offen, oder? Achso, mein Fehler. Ich bin ja da. Ja, man stimmt klug zu scheißen. Das habe ich schon gemerkt. Wenn du nicht scheißen kannst, muss ich es heute tun. Hey, Jungs. Ich habe einen Flammenwerfer. Kommt mir nicht so nah. Ich habe ja eine Affinität gegen Menschen. Gegen Männer. Gegen Menschen in diesem Spiel, weil die Menschen immer... Die halt rumgeguckt, das sind fast schon aus den Alien. Zurück zum Transit. Da war es zu. Okay, das passiert lange. Schön, Lichtspiel hier. Hier liegt Ethanol. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Riccardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androiden-Abfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abregelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sebastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Wade. Jetzt bleibt uns nichts als das Scheißteil zu töten. Tja, ich habe gerade meine Hände voll, dachte ich mir. Das ist ein geiler Satz. Ich habe gerade meine Hände voll, ich habe ihn da hingeschickt. Kam mir jetzt von hier oder? Ja, eigentlich von da hinten. Ah, genau. Sehr gut, ich muss mal schauen, was hier drin ist. Aber das Rote da unten muss auch mal runter. Das Rote muss auch schon. Aber das habe ich in Leand-Alles-Plates schon oft gesagt. Es ist wirklich so eine gängige Masche in Videospielen. Wenn irgendwas irgendwo rot ist, also rote Räume oder rotes Licht oder irgendwo ist, ist immer scheiße. Oder passiert halt immer irgendwas. Ist immer ganz schlecht. Rote Bereiche sind gefährlich. Man kann es hier natürlich täuschen. Bindemittel. Goh, der iWatch. Apple Watch, oder? Okay. Gibt es letztens Rabatt? Echt, oder? Nur 100 Euro weniger oder so. Oder 50 Euro. Also im Glück bist du hier noch nicht verfallen. Nee. Ich brauche dich auch nicht. Sehr gut. Was war das? Hartes Geräusch. Jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Oh, ich kann da Android-Headys schauen. Ach, war das nicht das Ding? Nee, unzureichend. Alter, da sind Charakter drin. Was heißt denn gerade unzureichend? Oh, ich höre es schon wieder. Scheiße. Obwohl du was? Was? Du hast gerade noch irgendwas gesagt, obwohl du irgendwas wegen Apple Watch. Ich schaue gerade nach anderen Handys gerade. Handys? Okay. Rechte iPhone 5? Nicht mehr. Sechs. Sechs. Nee, jetzt so in Zukunft allgemein mal so ein bisschen. Oh, komm, nochmal internal. Bisschen da praktischere. Oh, speichern hier. Oh, speichern hier. Wie lässt er kein Speichern aus? Ich finde das Fairphone finde ich sehr interessant. Was findest du? Das Fairphone finde ich sehr interessant. Fairphone? Das wird aus fernen... Ach so, aus fernen Materialien. Aus fernen Arbeiter... Ja, dieses Greenpeace-Telefon. Und das Gute ist, du kannst halt so einzelne Teile austauschen. Du hast so ein Kameramodul und kannst es austauschen, wenn es kaputt ist. Ja, stimmt, das war das. Das habe ich mir dazu gesehen. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, ich wäre ein bisschen umständlich auch. Ein bisschen frickelig. Und wenn es kaputt ist, kannst du ja umtauschen. Und dann kannst du ja auswechseln. Sonst ist ja alles normal. Das ist schon sehr cool. Schon mal cool, ist das Kärtchen. Okay, genau hier muss ich hin. Aber es ist halt, ich sag mal, relativ... Es ist halt so von der Technik relativ mittelklasse-mäßig. Also es ist halt nicht so, wo du sagst. Aber naja. Okay. Vielleicht warte ich noch ein bisschen warten oder so. Alles gut soweit. Ich habe jetzt da hinten links drauf gedrückt. Ich weiß nicht, ob das korrekt war. Jetzt kann ich hier nicht mehr drauf drücken. Jetzt habe ich das hinten in den Wagen geholt. Ja, kommt. Ich kann mal ausräuchern, oder? Komm schon, parke. Nehmen Sie Rückseite auf Ihre Mitreisenden. Ja, aber die Frage ist, bin ich jetzt hier richtig? Weil eigentlich soll ich ja an das Ende gehen. Weißt du, was ich da? Dann ist es da hin. Dann gehe ich da hin, ne? Ja. Call this one. Okay. Das heißt, Jans, wir haben nochmal Zeit für ein Anekdötchen von dir. Erzähl mal uns, Schwenk, was für ein Leben. Am bestenfalls irgendwas, was mit Alien zu tun hat. Alien. Bestfalls. Alien. Weißt du, das sind halt eine HTA, glaube ich, ist, dass alle immer das Alien Alien nennen. Ja. Obwohl es halt eigentlich ein Xenomorph ist. Aber es wurde im ersten Teil auch nie gesagt, dass es ein Xenomorph ist. Ja. Das ist gerade erst im zweiten Teil so. Ja. Also Leute, merkt euch, für alle Nerd-Diskussionen, Xenomorph ist die korrekte Bezeichnung des Wesens aus einer unheimlichen Welt. Ich finde es ja nur schade, jetzt so ein bisschen, wo sie jetzt Prometheus 2 eigentlich aufgegeben haben. Ich finde es ein bisschen schade so. Ja. Weil ursprünglich sollte ja Prometheus 2 noch weiter weg von Alien führen und eine eigene Story haben. Also noch weiter weg, sozusagen. Das fand ich sehr interessant eigentlich. Was ja, in Prometheus ging es ja auch viel mehr noch so um diese, wo kommen wir her. Ja, und so. Ja, ja, der Ursprung. Das finde ich jetzt cool. Das war so interessant. Aber es soll jetzt eine neue Trilogie werden, das ist, was jetzt geplant ist, das Ding, ne? Deshalb muss ja auch wieder quasi ein Neuanfang erstmal stattfinden. Und vielleicht wird deshalb wird der neue Alien-Film wird dann vielleicht so. Deshalb ist er so ähnlich zum ersten Teil wieder. Ja, aber das Prometheus bleibt jetzt immer so ein abgelegtes Kind, das nicht ganz reinpasst. Weil der gute Riddler immer oft nicht weiß, was er will. Oder irgendwer weiß immer oft nicht, was er will. Ja, vielleicht das Studio will es vielleicht so. Das kann auch sein, ne? Ja, ich weiß es nicht. Der Riddler hat ja schon viel zu sagen, auch. Ja, er hat auch, aber ich glaube, bei gewissen Sachen halt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man hat das Alien am Ende bei Prometheus, das wollte er schon auch nicht haben. Und das wollte das Studio bestimmt haben, dass er sagen können, Alien ist da. Es sah auch nicht so geil aus, fand ich das Alien bei Prometheus am Ende. Hä? Es sah auch nicht so geil aus, fand ich das Alien. Ich habe jetzt ein Prototyp, seitdem. Oh! Oh, oh. Günder, Achtung, das hat das Ding bereit. Flammenwerfer bereit. Hier geht's richtig ab, da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie wackelt so komisch, warum wackelt es? Ich bin im Systech-Turm. Riffley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Na, das hilft mir. Begeben Sie sich zum Server-Hub. Der ist recht. Da, da, da. Dann gehe ich erstmal da lang. Also kein Mensch, außer Chris geht immer genau die andere Richtung, die er gehen soll. Was? Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der immer die genau die andere Richtung geht. Nein, das machen alle Gamer so, weil, 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 wie gesagt, es geht um unser Forschung, um uns entdecken. Und deshalb sind auch immer, die Entwickler machen das ja extra so, damit man da ein bisschen was entdecken kann. Einfach nur straight allein folgen ist mega langweilig. Und dann bist du auch, dass du spielst auch dann drei Stunden durch oder so. Deshalb wird Call of Duty auch immer so dran gemessen, weißt, dass es man in vier Stunden durchspielen kann, wenn man klar natürlich nur der Hauptstory folgt die ganze Zeit. Ist das klar? Oh, schau, das wird man nicht gefunden. Das wird man nicht gefunden. Ah, das kleine Kram, der vielleicht irgendwelche Bonussachen auslöst am Ende, ne? Schaut, dass wir Ash vorhin jetzt nicht gehört haben. Also wir, für uns, so, ich glaube, die Zuschauer haben es jetzt doch gehört, den Ash. Das ist schon ein leiser Gegengelernt, was der sagt. Was er so erzählt. Der einzige Mensch. Ja, damals, wo ich Prometheus gesehen habe, war ich so geil darauf, dass ich irgendwie auch... Hoho! Hä, es schmiert gleich Ecke. Da ist es selber, ey. Dass ich... Ja, 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 aber schon. Da wollte ich mir sogar fast so Requisiten-Seite-Crops kaufen vom Film. Ja, stimmt, das ist mir erzählt. Da habe ich so irgendwie, gab's so diese, 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 diese Metalldinger, die sie finden, diese... Wo sie dieses Goose und finden dieses schwarze Zeug. Ja, diese Flüssigkeit, ja. Da gab's diese Dinger zu kaufen. Und so ist wie der Stuhl von Shadis For Run in dem Film. Das ist von mir. Ich muss bei Stuhl immer an. Oh, er ist schon Stuhl gegangen. Stuhl. Der Stuhl von Shadis For Run haben sie sogar. Also ihr Sessel sozusagen in ihrem Büro. Ja, ja, ja. Also in ihrem Wayland-Büro eigentlich. Ey, ich muss echt sagen, Shadis For Run, die Schauspielerin ist echt saugut. Und ich fand die schon beim Prometheus saugeil. Und in Mad Max ist sie halt normal der Oberhammer. Das ist halt krass, was die wirklich kann. So, weiß man, denkt immer, das ist so eine typische Hollywood-Schauspielerin. Aber die ist halt echt, die ist halt drauf einfach. Wie geil sie bei Prometheus war, als sie diesen, als sie ihrem Vater dabei gegeben hat. So, wie sie dann, wie sie dann so sauer auf ihn ist und vor ihm niederkniet und so, ne? Und dann, boah, wie der Hass uns so richtig gut gemacht hat. Pass auf, da oben ist Loch. Soll ich reinblasen, hier? Fire. Dun, dun, dun. Ah! Zugang, was benötigt. Sogar gefurzt, was? Der hat Zuckung, der hat Zuckung hier gehabt. Im Lendenbereich, ja. Das ist nicht getan. Okay. Noch ganz gut. Noch. Lorenz, der erste Lobby, ist da. No weapons allowed. Ah ja. Schon wieder, das nimmt mich ein bisschen an, an vorhin. Oh Gott. Wir haben sich am nächsten gelegenen Brandschutz-Sammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Folgen Sie mir. Oh, oh! Oh, oh! Der macht mir weh, oder? Pass auf, ist, ist viel. Alter. Wir müssen das Feuer laufen. Ja, ja. Aber gut, reagierst. Ich will jetzt schon rein. Das war eine Falle, oder? Das war ein... It's a trap! Okay, okay. Alien spielt das jetzt noch eine Rolle, das Alien. Irgendwas geht hier hart ab. Du musst die Feuerlöschanlage aktivieren jetzt. Finden und aktivieren sie die Feuerlöschanlage. Das muss ja hier in dem Bereich sein. Tja, Wasser. Wir sind paradoxisch, dass wir mit dem Flammenweifer hier rumrennen. Ah, hier ist Wasser. Nehmen wir es in die Hand und verstreuen es. Was? Nein, 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 alles gut. Äh, ich höre dich nicht. Hier, hier! Feuer! Oh, ja, Spaß! Das war ein bisschen Verschwendung jetzt. Guck mal, der Pappkannon jetzt überlebt. Kein Feuer. Ja, krass. So gut. Hebel benutzen. Warte kurz. Erstmal das hier benutzen. Flammenweierformulation sehr gut. Jetzt warte, wo muss ich hin? Nach rechts russisch. Ja, gehe ich nach links. Alter, die Geräusche sind so gut. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschickt. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten können. Und voilà, Chaos! Was heißt, no weapons allowed in this point? Okay, alles gut. Das heißt... Ich komme an die Ecke da links. Was? Willst du dir seine Tür aufhebeln da vorne? Ja, warte kurz. Lass mich erstmal schauen, wo es hier überhaupt noch hingeht. Da komme ich nicht rein. Warte. Okay, das ist mir zu batsch. Dann machen wir erstmal die Tür. Waren es jetzt gute Leute oder waren es böse Leute? Aha, okay, interessant. Ja, toll. Super toll. Geh ich mal hier rein, wa? Äh, so. Ah, ein Lichtchen, wenn du ruhigst. Sehr gut. Ich finde es echt erschöpft, dass wir noch nie im Schacht einen Alien getroffen haben. Ja. Das hätte ich jetzt eigentlich ganz erwartet zum Spiel. Also die gleiche Ecke wieder hier. Also ich kann quasi nur hier entlang. Von da kam ich ja. Ja. Oh Mann, sind das jetzt Freunde oder Feinde? Schon mal. Waren die hier schon? Wie komisch, die sagen aber nichts. Oh, oh, da drückt er sich um. Komm mal. Warte auf deinen. Warte auf dir sein, dein Klammer. Oh Gott. Oh Gott. Von links kommt's. Von links hörst du doch von links, ne? Ja. Also wahrscheinlich oben lang. Ja, da oben. Da oben ist es! Da hinten, der versteckt sich ja dahinter der Bänke. Da hat der Klammer voraus schon. Oh nein. Da oben schießt's denn da oben? Der versteckt sich auch. Siehst du den da oben? Da schon, na da. Geil. Da oben ist sie. Ja, ja. Er kriegt sie alle? Oh Gott. Ich... Oh, Alter. Er ist vorbei, eiskalt. Was macht er? Er greift an. Oh, er wollte angreifen. Geil. Das ist ein Katzenmausspiel jetzt gerade. Der fährt jetzt, läuft er wieder links rum. Jetzt kommt er wieder herrum. Das ist die Kamera. Wo ist der jetzt hin? Steht da oben. Sind Granätchen wir nicht schlecht. Aber den kann ich nachladen nochmal, Johannes? Oh, shit. Okay. Jetzt werde ich bereit. Jetzt kommt's zu mir. Scheiße, hat mich gesehen. Wir sehen, wie es reagiert. Warte, 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 warte. Yeah. Geil. Geil. So wird's gemacht. Flammenwerfer for the win. Aber wo ist ein anderer Typ hin jetzt? Okay, da ist zu. Jetzt kann ich noch mal hoffen, dass wir genug Flammenwerferzeug haben. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Klär einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich hab diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch dich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde sobald ich kann zu dir kommen. Was macht er da? Jetzt ist er tot, ne? Jetzt gibt's nur noch das Alien in mich. Komm her, Alien. Jetzt bin ich mutig. Jetzt hab ich ein bisschen... Ne? Eier in der Hose. Untertitelung des ZDF für funk, 2017